Wir haben mit der StyleUp League, glaube ich, inzwischen wirklich eine Veranstaltung hier in Aachen, wo wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam mit allen Playern versuchen, das Thema Start-ups, Gründen wirklich ins Schaufenster zu stellen. Und das ist für uns natürlich eine wichtige Bühne auch, wo wir uns präsentieren können, wo wir die Aktivitäten aus dem Gründerzentrum präsentieren können und wo wir uns aber auch vernetzen können mit den lokalen Playern. Und von daher ist das eine tolle Veranstaltung, die inzwischen ja auch über die Grenzen hinaus ins Ausland strahlt. Das Start-up League zeigt, dass Aachen eine echte Start-up-City ist und das wollen wir natürlich der Welt auch mitteilen. Das heißt, die Strahlkraft der jungen Start-ups wollen wir in die Region leuchten lassen, damit wir auch die Region genauso begeistern wie die Aachener und Aachmerinnen. Wir zeigen, was die ganzen Partner hier in der Stadt und der Region zusammen können. Deshalb waren wir Montag im Digital Hub, sind jetzt auf der ARTEC und dann sind wir in der FH im Gründungszentrum, sind wir im Collective Incubator und bei allen anderen Partnern. Und das ist wirklich toll, was Aachen auf die Beine bringt. Die Start-up League sammelt ja sozusagen 30 Events für 3000 Teilnehmer in einer Woche, wo es um Gründung und Innovation geht. Insofern ist die Start-up League für uns ein Highlight. Und das ist die Start-up League für uns ein Highlight.